Das geht gar nicht. Die Bank... Und dann nur die Unterschrift des Verkehrs. Ich wollte auch nichts zu sagen. Vor allen Dingen, der denkt, der kann uns für blöd verkaufen. Guck mal. Jetzt labert er über uns. Oder über mich. Und das heftige ist, ich kann ihn ja sehen durch die Scheibe. Aber er dich nicht. Nee, ja gut.